Hallo liebe Zuschauer, neue Woche, neues Glück können wir fast sagen. Der deutsche Aktienindex zumindest, der kann die positiven Vorgaben der US-Börsen und auch aus Asien vom heutigen Tage aufgreifen und selbst ein wenig zulegen. Er hängt allerdings immer noch unter der charttechnisch wichtigen Marke von 12.500 Punkten fest. Wir werden uns das deutsche Börsenbarometer gleich nochmal im Detail angucken. Wir wollen jetzt erstmal auf die aktuellen Handelsbilanzzahlen Deutschlands schauen. Die Exporte sind den fünften Monat in Folge nämlich geklettert, im Monat Mai nochmal um 1,4% zum Vormonat. Die Importe legten ebenfalls zu, hier den dritten Monat in Folge jetzt um 1,2%. Dann beschäftigen sich natürlich die Börsianer auch auf dem Parkett hinter mir hier an der Börse Stuttgart hauptsächlich mit den Arbeitsmarktdaten aus den USA vom vergangenen Freitag. Die waren doch überraschend gut ausgefallen. Auf der einen Seite war der Stellenaufbau deutlich stärker als von Ökonomen vorhergesagt. Auf der anderen Seite ist in einer separaten Statistik festgestellt worden, dass die Arbeitslosenquote doch leicht höher ist als erwartet. Minimal zumindest bei 4,4%. Auf der anderen Seite ist die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne nicht ganz so deutlich ausgefallen. Man hat die mit 0,3% gerechnet. Es waren am Ende aber nur 0,2% mehr. Insofern zwar einerseits ein bisschen durchwachsen, aber der Stellenaufbau, der steht hier im Fokus. Das vergangene Wochenende in Hamburg lieferte natürlich schlimme, erschreckende Bilder von den Straßen der wunderschönen Hansestadt. Nur die Börsianer, die fokussieren sich hauptsächlich natürlich auf die Gipfelgespräche als solches. Und hier kommt eine Beruhigung in die Handelssäle hinein, weil es eine gemeinsame Erklärung für den Freihandel gab. Dieses Bekenntnis war ganz entscheidend für den Aktienmarkt. Deswegen nimmt man dieses positiv auf. Schauen wir mal auf zwei Einzelwerte, die heute noch im Mittelpunkt stehen. Beginnen zunächst mit den Versorgertiteln bzw. E.ON. Die waren ja schon am Ende der vergangenen Woche stark gefragt nach Analysten, Empfehlungen und Kommentaren. Jetzt kommen auch noch die Experten von HSBC dazu, die empfehlen die E.ON-Aktie zum Kauf und hoben das Kursziel an. Und zwar von zuletzt 7,90 Euro auf 9,60 Euro. Die E.ON-Aktie ist stärkster Gewinner am DAX mit einem Aufschlag von 2,1% auf 8,41 Euro. Brenntag ist an der Spitze des MDAX zu finden. Ebenfalls hier eine Kaufempfehlung der HSBC-Analysten. Das Kursziel wurde hier von 50 auf 58,50 Euro angehoben. Die Brenntag-Aktie legt um 2,5% zu auf 50,75 Euro. Und den DAX bin ich Ihnen noch schuldig. Der liegt bei 12.443 Zählern mit 55 Punkten oder 0,5% im Plus. Das Kursziel wurde hier von 15,70 Euro angehoben. Und das Kursziel wurde hier von vierten.